Hallo Freunde, Malteser Familie. Ja, wir sind hier immer noch an Tag 3 der Rom-Wallfahrt 2015. Wie man unschwer erkennen kann, glaube ich, kann man schon sehen, dass wir auf der Piazza Navona sind. Wir befinden uns hier mit dem Bus Würzburg auf der Piazza Navona. Hier gibt es ein schönes Picknick und ein bisschen Musik und wir zeugen euch ein bisschen an Impressionen. Wir befinden uns hier mit dem Bus Würzburg auf der Piazza Navona. So, das war es heute für Tag 3. Morgen sind wir bei der Piazza Navona. Wie man hier schon sehen kann, haben wir unsere Akkreditierung bekommen, also dass wir auf jeden Fall da rein dürfen. Und wir hoffen, dass wir uns wieder live begleiten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.